Die ist dazu. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der andere etwas gut ist, ist groß. In diesem Fall überbindet er und macht einen Schiefschlag. Dann wird das ein bisschen langsamer verzeiht. Wir können das auch noch deutlich schneller, denn sind die noch weniger. Er überbindet, blockiert das Schwert des Gegners und verwendet seine Kutsche, um beide Waffen wieder zu fixieren und hat jetzt relativ viel Zeit. Er drückt nämlich auch nach unten. Man muss jetzt mal nach oben kommen, um noch zurückzugehen. Und hat jetzt relativ viel Zeit, das Stück zu beenden, Kopf abzuschlagen oder zumindest den Halsschlag oder deutlich zu durchschlagen. Natürlich kann man dagegen etwas tun. Wenn er weiß, was er weiß, dann kann eine Gegendeckel bleiben. 10. Okay, macht euch vielleicht langsam nochmal und dreht euch vielleicht wieder. Dankeschön. Er überbindet, der andere wechselt den Schwert, geht in eine hängende Parade, tritt unter dem Schwert, blockiert wieder und antwortet mit einem Schiffschlag. Dankeschön. Einmal. Überbindet. Vielen Dank.